Alles klar, damit hallo und herzlich willkommen zurück, mit Roberts Würgeanfall. Ah, ich weiß, eine Sache habe ich vergessen. Jetzt habe ich die Folge immer neu, jetzt habe ich die Aufnahme. Ich nehme jetzt hier so ein Loch und da schmeiße ich jetzt einfach mal 10 Stacks Redstone rein, weil die braucht ja eh keiner. Redbox machen wir erst leer und dann bauen wir die ab. Ist das richtig? Ästhetik ist schon ein Arschloch. Warte mal, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier gemacht habe. Kohle! Ne, das muss... Doch, Kohle! Ah, ist egal. Ich mach das trotzdem. Achso, ja stimmt. Der labert einfach! Das ist der Single-Play-Aesthetic, ey. Geht richtig ab gerade. Richtig hart. Kasala, ey. Aber ich wollte doch Bomben bauen. Angst vor diesem Reaktor. Wieso geht der Reaktor hier inzwischen kaputt, Alter? Wie ist denn das Sonic? Wenn da so ein TNT neben deinem Reaktor explodiert, geht der dann auch kaputt oder überlebt der das? Okay. Da muss ich aufpassen. Oh, Regen! Was ist denn Motherfucker? Ich? Nicht so in die Luft springen. Mach ich doch gar nicht. Oh, guck mal, Gewitter. Happy Witter! 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 Oh, Sascha! Ne, finde ich aber gut. Ne, dann zwingt Sascha mich nicht das auch zu machen. Ich hab nämlich keinen Bock das zu machen gerade. Was? Lava looten? Ja, ja, Lava machen. Lava looten? Ne! Lava, Lava. Kann man Lava herstellen? Ja. Mit Minimum Storm? Ja. Nein, natürlich nicht. Ne, du kann man Minimum Storm laufen. Kann man Magma herstellen? Indem du eine Magma Crucible baust. Aus Magma? Lava Fabricator. Da kannst du Lava herstellen. Oh, das war ein bisschen viel. Ja, egal. Wenn die Lava herstellen? Mit was? Mit Minimum Storm. Mit einem Magma Crucible. Ja. Lava Fabricator. Dann fällt das einfach so vor dich hin. Cool. Was, was braucht die Strom oder was? Ja, ich stehe, ich stehe, ne? Ich gehe von aus, ja. Gibt noch einen Lava Fabricator. Ich gehe von aus. Oh, das ist toll. Wofür? Ich baue mich. Das ist doch voll logisch. Hui! Das war falsch. Okay, cool. Das haben wir gerade. Wie gab es eins? Ähm. Gold. Magma herstellen. Okay. Go, Baby. Das ist nicht so spannend. Aber ich weiß nicht genau, was ich da für Strom dann brauche, um den überhaupt anzutreiben. Das ist natürlich die Frage. Vielleicht einfach nur Redstone Engines. Vielleicht. Weil die Anzeige war dasselbe wie bei dem, ähm, anderen Ding, was ich da habe. Aber ich brauche Netaziegel dafür. Guck mal, ob das jetzt voll. Ich mach jetzt, ich mach einfach Grammar. Ich versuche gerade mal ein paar. Netaziegel. Ein Meter Ziegel? Ein Meter Ziegel, Alter. Kannste schleppen, Mann. Geil. 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 Huch, geil. Ist das einfach brauche ich Seelensand, ne? Alles klar, ich geh ab, ab in die Nähte. Du brauchst doch für Seelensand. Das heißt, Sonic kann den schon mal nicht bauen. Ich hab Seelensand. Ja. Aber keine Seele. Junge, das war ne andere Anspielung. Ah nein, gar nicht. Das? 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 Alles klar, Robert. Alles klar. Nee, das glaube ich zuerst. Sascha, ist es bei dir im Eterportal safe? Ja. Wenn ich durchgehe? Okay, gut, dann komme ich da durch. Da? Ich bin grad zu inkompetent zum Bauen, Alter! Ja, ja, ja. Meine Katze hat mir und sagt auch ja. Obwohl, das brauche ich überhaupt nicht. Das brauchst du gar nicht, ist der dick. Okay, echt mal. Warum finde ich keine Diamanten? Weil... Das ist im echten Leben auch so. Da fragt man sich ständig, warum da keine Diamanten sind. Ja, ich kündel auch ständig nach Diamanten. Im echten Leben. Im Gully. Das muss ich nur wegpacken, ganz wichtig. Boah! Alter, Toni, erschreck mich nicht so! Ja, wir müssen ja auch, ne? Ja! Aber trotzdem, ey, und ich! Dass das Ding zu heiß wird, geht halt der Alarm los. Verstehe. Damit ich mich in meinem imaginären Bunker in Sicherheit bringe. Die Mauer ist minimal unauffällig, Sascha. Ja, wird halt groß das Ding. Da los. Ey, guck mal, das füllt sich mit Lava dann. Ja, aber das bleibt gerade die ganze Zeit so. Ja, also da fließt nix durch die... Genau, richtig. Das Ding. Oh, da. Eins, zwei, drei, vier. Eisen. Wie heißt das Eis? Äh, in der Portal musst du einfach die Leiter ganz nach unten durch. Und dann links abbiegen. Das ist... Ich brauch auch so n... Was ist das da? Was dein... Wo das riesige Loch erschaffen hat. Wir hören. Ne Quarry. Quarry? Das riesige Loch. Ja, ich komm da runter. Dafür ist das Ding da. Das muss ich, brauche ich auch. Brauche ich auch. Oh, gut. Oh, eine interessante Umschreibung. Und weiter ganz... Ach, da. Da ist Kohle vor deinem Portal. Ja, ja, ich weiß. Wo aber gerade... Da ist auch noch Kohle hinterm Portal. Ja, ich weiß. Wie sagst du bloß, weil du vorhin Kohlemangel hast? Das will er gar nicht hören. Genervt? Nein. Überhaupt nicht. Ja. Ruhe in Person. Okay, du hast natürlich... Das... Neben dem Nether Portal dann einfach die Treppe hoch und dann den... Fuck in Folge. Ja, ja. Ne, ich brauche... Erstmal Nethersteine brauche ich auch. Also... Warte mal, Nethersteine. Da brauchst du also ne... Festung. Ja, ne, ne. Ich meine diese ganz normalen Nethersteine hier. Also Netherrack. 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 Ne, nicht wenn du das abbaust. Wenn du Erze abbaust. Wird's blöse. Da sind direkt Erze nebendran. Ja, da würde ich auch sagen. Das ist dann natürlich Stau. Das ist echt bloß ein Rudelschwein. Du Schuft. Geh jetzt mit nem Unsichtbarkeitstrank hinter Storm hinterher. Dem werden wir bei einem mitgehen. Hahaha. Das wär... Dann töte ich dich mit nem Nasensort. Das wär worth it. Hahaha. Oh, das sind die Diamanten die ich gesucht habe. Nice. Geh weg. Ich will dich nicht holen auszusehen. Geh weg, Schwein. Reinforce Block. Alter. Aus zwei Blöcken sechs Diamanten. Ne, das ist zu wenig. Aber das hat noch mehr. Sehr gut. Ah, super. Habe ich doch keine Lust. Also müssen wir nachher in Fabriken bauen. Okay. What? Ist das denn für Bullshit? Das müsste es sogar schon reichen. Dann geh ich wieder. Ja, doch. Hade tschüss. Hade tschüss. Hade tschüss. Können wir mal in ihr Spacken schon meine Portale benutzen, die wenigstens wieder zumachen? Ich hatte nichts dabei zu zumachen. Ja, dann nimm dir irgendwo was. Ach, ich seh nicht so, als wüsste mittlerweile jeder Bescheid tut. Ne, ihr wissen nicht alle. Ne, ich zum Beispiel nicht. Siehste? Wobei zum Beispiel nicht. Der hat mir ja auch noch nicht verraten, wo er ist. Oh, sehr schön. Freilich jetzt immer noch nicht. Ja, siehste. Hahaha. Ja, Kiki. Ja, Kiki. So. Vindermen sind ja jetzt egal. Ja, die reporten sich hin und her. Ja, Regen, ne? Mhm. Boah, Alter. Komm ihn auf den Sack. Er schreit rein. Ach komm! Alter! Alter, Junge! Junge! Meine Feuerwehr, Junge! das macht das ganze du haust ab ist so dass ich strom rein alter hallo ja und mfs oder ist schon ein strom und reich bin ich habe ich nicht reich in intellekt aber ich hast du auch darauf wollte ich hinaus so dann bauen wir noch eine konverdienz die linie geh mal weg also jetzt brauchen wir ja einen mv und gehört dann kommt die umma hab ich dir noch einen medium voltage aaah no voltage medievolktig aus dem schiebenloch generieren die fett prem alle zack 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 zackle 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 Zug da dam 이렇게 fernace was kann man an für einen geilen in induction ist auch electric eehh nee in induction für es kann ich was anderes das glaub ich lava oder? weiß ikke ehrlich gesagt, mäh ach what Watt? Watt? Wieso krieg ich hier Stromschläge? Oder ist irgendeiner unsichtbar hier, irgendein Wichser? Nein. Jeder kriegt Schläge. Gib ruhig weiter, Sonic. Alles cool. Kalt, Sonic. Kalt. Ich bin jetzt überhaupt nicht da. Ich bin gerade mal im Reaktor, weißt du. Nee, ist recht warm hier. Erstmal nach den Wenz geguckt bestimmt. Witzig. Wie wenig Vertrauen der Junge in uns hat. Gar keins, ist richtig. Wahrscheinlich war es nur Strom. Aber wieso an dieser Stelle? Das weiß keiner. Ich dachte du stehst im Reaktor, kann das nicht sein? Nein, ich stand gerade noch in meinem Arbeitsraum und einfach ein halbes Herz Schaden gekriegt von irgendjemandem. Nennst du deine Gaskammer so? Wow, ist aber nix. Wow. Hm, scheiße. Da ist die Spitzhacke kaputt. Ist kaputt. Ist da. Iks da. Du 8 Diamanten aus dieser Formsession, das ist zu wenig. Dann ist nicht genug. Dann ist nicht genug. Das reicht uns nicht. Ist halt echt so. Aber immerhin fast 2,5 Stacks Kohle. Ja. Hast du die normalen oder die Overclocked Heatvents? Die normalen? Okay. Wenn du 2 Gold-Bond über hast, kannst du die sogar mit... Ah, ne. Ah. 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 Die Heatvents kannst du nämlich mit... Ich habe auch einen Reaktor-Heatven drin. Mit dessen Copperplate updaten. Da hast du dann hier diese Reaktor-Heatven. Ja, das habe ich schon gemacht. Die Reaktor, ja. Aber die gehen schneller kaputt. Weil die Dinger... Die Reaktor-Heatven gehen aber schneller kaputt. Ach so. Ja. Amy, was hast du überhaupt für ein Projekt? Wer? Du wolltest doch irgendwas Neues starten da. Ich habe was Neues gestartet. Ja, was denn? Erklär doch mal. Ja, die baut ihre Mob-Farm. Ich bin der Fliegende... Nein, das ist keine Mop-Farm. Du wirst dann mit Mop-Farm. Nein, nicht so. Ja. Ja, doch. Meine Seele ist so dunkel. Ah, genau. Nein, der Fliegende... Mein Gott, geht mir auf den Sack, ey. Ist halt echt so, Amy. Was soll das denn? Alter Amy, ey. Ich bin dabei die Welt zu übernehmen. Dann werde ich alle Monster tippen. Was ging jetzt ab? So, wir wollten... Hey, wer geht da tauschen? Ich kannte, ihr habt das schon lange gemacht. Hey. Hey. FG. Oh. Aesthetics. Kalt. Aesthetics. Kalt. Einmal FG. Befreundlichen Grußen. Die Welt liegt auch zu Füßen. Ja, verstehe ich auch. Aesthetics. Oh, Aesthetics. Come on. 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 Ich bin gar nicht mehr weg. Ist voll hoch. Ich brauche jetzt ganz, ganz, ganz viel... Oh, das hätte auch schief gehen können. Ja, das auch. Was macht der Mensch nur ohne ein bisschen... Ach mann. Ist kein anderer hier. Sascha ist zu weit weg um ihn zu trollen. Sonic habe ich schon getrollt. Mit Amy habe ich jetzt getrollt. Ich bin ganze 500 Meter von Amy weg. Ich habe schon wieder vergessen wie du mich getrollt hast. Wie hast du mich nochmal getrollt? Jetzt gerade eben. Achso. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dom war so nack tolles. Sag ich dir nicht. Ja und? Ich habe dich gehauen zum Beispiel. Boah. Aber du warst nicht am Reaktor. Nee, ich habe ihn nochmal gesehen. Und auch wie er gesichert ist. Echt? Gar nicht. Da hast doch du mich gehauen, du Fix. Du hast doch gerade gesagt. Hab ich doch gesagt. Ja, ich muss ja sicher gehen nochmal nach. Nein, nein, natürlich. Wo ist Dom? In meinem Haus. Wo ist dein Haus? Sag dir jetzt einen Hasen. Ja auch. Du bist ja echt einen Hasen. Du hast mich schwach gemacht. Ja, jetzt kann ich dich vernichten. Hab ich vergessen. Jetzt siehst du stark, bist du zu schwach. Electric Furnace mag kein Medium Voltisch. Hab ich vergessen. Ich mag kein Medium Voltisch. Puff. Aber mach keine Löcke kaputt. Nur mir. Zwei hat mich angemacht. Steht er da die ganze Zeit? Es ist schwer, dich im Schnee zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, genauso wie im Regen bei Sonic. Der gute alte Spion Mr. Host im 2707. Beste Spione. Alle. Ich hab gehört, alle guten Spione haben einfach nur ne Kennnummer. Der Dickey mach ich mich wieder sichtbar. Ich hab dich nicht unsichtbar gemacht. Drück mal E. Ich hab keine Milch. Du bist nicht unsichtbar. Weakness. What the fuck? Weakness. 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 Dachte mir, ja jetzt noch. Jetzt hören wir auch vor was. Hast du mich rausgefunden? Nee. Bei dir hab ich andere Sachen gemacht. Ich weiß, was passiert, wenn ich dich einfach so töte. Würde ich nicht gut enden. Also muss ich halt nochmal töten. Richtig hier gerade kommst. Scheiß weiß keiner. Ja. Ich mach hier voll Bullshit. Ja. Oh oh. Da 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 da. Nicht gut. Da ist mein Teppich breitet sich langsamer aus. Erstmal wieder aufschauen. Ha. Mein Markman Crucible arbeitet. Der Sascha. Hast du grad alles gebaut bei mir? Was? Ist gut, dass man hört, wenn die Heatwands kaputt gehen. Wirklich? Ja. Also klug. Wo ist Sascha denn? Ich seh ihn überhaupt nicht. Ich baue hier oben. Da oben. Ah nee. Da trau noch hier das Zeug. Hier. Oh. Ich brauch mehr bessere Engines. Cool. Oh. Der Anfang. Erstmal zwei. Der Anfang. Macht voll Spaß hier zu rennen. Hier oben. Verlust du? Nee, weil hier. Legs halt mal hängen. Ja, richtig. Dezent nervig. Ich hab mal hängen geblieben. Ja. Du hörst mal nach, was ich bei dir gemacht hab. Ich hab's noch nicht ganz rausgefunden. Ja, ich war wüsste auch nicht. Nein. Besser. Ich bin mal gespannt. Was hast du bei mir gemacht? Ja, der war's nicht geben. Wär mal an Amy Stelle gespannt, was ich bei ihr gemacht hab, während sie die ganze Zeit oben auf ihrer Insel war. Also bei mir ist so nix gemacht. So viele Optionen bleiben nicht. Nee, hab ich auch nicht. Ich hab ja gesagt, du bist so nett. Du wolltest mir ja sogar deinen Kopf schenken. Das ist richtig. Das hätten wir übrigens eben machen können. Das ist richtig. Ich bin ja auf dem Weg zurück. Keine Angst. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich auch nicht. Dann lege ich mein Zeug bei eben auf. Wie du dich töten kannst. Weißt du, wie alle wichtigen Sachen hab ich noch. Ja. Du glaubst wirklich, ich klaue. Echt jetzt? Nein, oder irgendwas ist abgebaut oder so. Ist ja fast geklaut. So bist du. Äh, wie Scroll. Weißt du, was wir zu großartig noch gemacht haben? Alle Sachen, die relevant sind. Hallo. Weißt du ja, ist ja okay. Na gut. Lass ihn einfach so stehen. Ich habe aus deiner Sicht nichts gemacht. 1x. Wenn er also irgendwas in der nächsten Zeit passiert, dann war es jemand anders. Terlea permanente. ôi, als hat er das fastcember passiert. Ja, Amy, was gibts? Ja kommst du jetzt nicht bei dir. Ich bin unterwegs. Gut. Nee. Nee, das hast du. Nein. Nein. Warte, 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 warte. Nix machen. Ich will hin da. Ich muss sehen. Was ist hier passiert, wenn Amy das rausgefunden hat? Du bist so dumm. Nein. Krass. Er hat einfach meine Stromverbindung kaputt gemacht. Oh. Ha. Du hast mir ein Heatwind abgezogen. Hast du mich denn immer... Immer noch nicht. Echt nicht? Nein. Sicher? Immer noch nicht. Aber ich will auch einen Kopf von mir haben. Jetzt musst du mich zweimal... Leute. Ich will auch einen Kopf von mir haben. Funktioniert es überhaupt? Ja. Also bei den Viechern funktioniert es. Immer noch nicht. Ja, du bist ein bisschen, warte. So. Aber nicht. Ja. Kannst du ein Stein über uns? Nein, nicht wirklich. Ach. Du kannst eigentlich auch AFK gehen jetzt. Ich muss ja wiederbleiben drücken. Ach, stimmt. Ach, Mann, warum kriege ich denn nichts? Was soll das? Weil du einen Dauer bewischt. Ja. Weiß nicht wie groß die Chance ist. Wahrscheinlich nur 5%. Weil es ist wirklich auch... Die Chance ist riesig. Hier was kriegen. Oh. Ja, halt schon... Hat er jetzt nicht gesagt. Hey, da ist was rausgekommen aus mir. Hä? Ja, Tatsache. Ja, jetzt nochmal. Los. Ich will auch kommen. Das klingt merkwürdig. Aber ich glaube, du hast ein Standard-Skin. Äh, nö. Nein, ich glaube bei mir. Also der Kopf ist ein Standard-Skin. Ja, das kann sein, dass es auch Standard bleibt. Während der Hand bleibt der Standard, aber wenn du hinsetzt nicht. Aber er hat Symbolik zählt. Ah, da ist er. Kannst du einfach hinsetzen, dann sieht er aus wie du. Tschechischer Nachtklubbesitzer. Tschechischer Nachtklubbesitzer. Ah, ne, doch. Stimmt. Endlich. Sehr gut. Aber dann bin ich nicht. Ich will mich jetzt selbst im Schlafen beobachten. So, liebe Leute. Welche Köpfe sich Ästhetik in der nächsten Folge noch holt. Jetzt sehen wir halt erst nächstes Mal wieder. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Bis übermorgen. Hau rein. Ciao, ciao.